Musik Ja, Arbeitgeber, die man ungerne verlässt, sind meist gute Arbeitgeber. Und solche wurden nun prämiert mit dem Top Company Award. Gutes Arbeitsklima, faires Gehalt oder gute interne Kommunikation waren dabei nur einige der Kriterien. Nach zwei Jahren Pause ging die Preisverleihung gestern in Bozen über die Bühne, diesmal für Südtiroler und für Tiroler Arbeitnehmer. Prämiert wurden die Betriebe zum ersten Mal auf einer gemeinsamen Veranstaltung. Unter den Südtirolern erzielten die Brunnecker Kanzlei Graber und Partner. Der Rittner Bettwarenhersteller Daunenstep und der Baustoffproduzent Torgler aus Marling den jeweils ersten Platz in ihrer Kategorie. Die Preisträger werden nicht von einer Fachjury, sondern über eine Mitarbeiteranalyse im Betrieb ermittelt. Die vom Unternehmen Business Pool initiierte Aktion wird auch von Land und von der Handelskammer mitgetragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017